So meine lieben Freunde, jetzt mache ich heute doch noch ein Video, will mich aber heute jetzt nicht mehr groß mit der Niederlage hier aufhalten. Es hat, mich haben heute so viele Leute im Arbeitsumfeld angesprochen, die anscheinend nicht mitbekommen haben, dass Hertha verloren hat, warum ich den ganzen Tag so eine F ziehe quasi. Ja, wir werden heute Abend im Talk mit Nico, den wir einmal wöchentlich machen, darüber natürlich auch nochmal sprechen. Bremen hat ja auch 6-1 verloren, heute ab 21 Uhr bei mir auf Twitch, aber natürlich auch über den kommenden und letzten Bundesligaspieltag vor der langen Pause. Jetzt geht es aber auch schon wieder los hier mit absolut vielen Transfergerüchten, wie viel da am Ende dann immer dran ist, kennen wir ja. Am Ende passieren ganz andere Dinge und ganz, ganz viele Dinge, die eben kolportiert werden, passieren eben nicht. Trotzdem ist es für Hertha ganz interessant. In dem Video geht es um Spieler, die uns verlassen könnten. Pekarik, Darida, Selke war ja schon mal ein Thema und es geht um Matthäus Kunja, der uns auch nochmal Geld in die Kassen spülen könnte, in die klammen Hertha-Kassen. Wo wir ja vielleicht auf der Mitgliederversammlung am Sonntag nochmal neue Nachrichten drüber kriegen, wie schlimm es jetzt wirtschaftlich wirklich um uns steht, auch wenn der Bericht ja mittlerweile veröffentlicht ist. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ja, lasst uns beginnen mit Matthäus Kunja. Matthäus Kunja, ja, rückblickend betrachtet, aber das werde ich dann nochmal in einem Analysevideo ein bisschen auswerten. Haben wir den ja mal verkauft, um Transferüberschuss zu erzielen, haben aber in dem Sommer auch sehr teuer eingekauft. Unter anderem mit Cerda Richter alleine für die beiden 15 Millionen damals ausgegeben, plus Ikellenkamp 18 Millionen. Wer von denen jetzt wirklich bei uns ein absoluter Leistungsträger ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist Kunja jetzt wohl auf der Abgangsliste bei den Athletis gelandet von Atletico Madrid, weil die ja in der Champions League und auch in der Europa League nicht überwintern und dementsprechend mit einem ganz schönen Minus in den Zahlen planen. Und dieses Minus soll wohl, ja, aufgestockt bzw. genullt werden durch einen Verkauf von Matthäus Kunja. Matthäus Kunja, damals gewechselt, ja, so genau weiß man sich, zwischen 25 und 30 Millionen plus 10 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung von Hertha. Dementsprechend, umso teurer er wechselt, desto mehr hat Hertha selber auch nochmal davon. Wir sind ja absolut klamm, Zahlen, wie gesagt, sind veröffentlicht. Ich bin gespannt, was es vielleicht da für einen Bericht gibt auf der Mitgliederversammlung zu, ob man da nochmal sagt, wie oft müssen wir jetzt noch einen Transferplus erwirtschaften. Deswegen, wenn jetzt Geld kommt, mit dem man wahrscheinlich auch schon wieder geplant hat, aber wenn jetzt Geld kurzfristig kommt, kann es ja auf jeden Fall nicht schaden. Er hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert nur noch, einen geschätzten Marktwert von 20 Millionen, hat aber noch Vertrag bis 2026 bei Atletico und hat eigentlich in seinem Vertrag, wenn man den Medienberichten Glauben schenken will, eine Ausstiegsklausel damals verankert gehabt von 100 Millionen Euro. Auf die verzichtet jetzt Atletico und würde ihn bereit sein, ihn für 35 Millionen abzugeben. Die Frage ist, wer zahlt das, ist für mich immer noch einer der besten Spieler, die ich bei Hertha jemals gesehen habe. Er hat hochtalentiert, hat für Atletico aber wirklich die Rolle des Reservisten nie übersteigen können. Er hat jetzt insgesamt in den wettbewerbsübergreifend für Atletico in anderthalb Jahren 53 Spiele gemacht, aber eben viele Kurzeinsätze dabei, sieben Tore, acht Vorlagen. Er hat ja wohl ein geschätztes Gehalt von vier Millionen. Damals Everton und Leeds hatten ihm ja sogar angeblich mehr Geld geboten. Er hatte sich dann aber für den Champions-League-Teilnehmer Atletico Madrid entschieden, die ihm wohl rund vier Millionen Gehalt bezahlen. Also das Paket ist klar, 35 Millionen Ablöse wollen sie haben, vier Millionen dann nochmal Gehalt. Sky berichtete jetzt, dass wohl auch einige Bundesligisten an ihm Interesse haben, sowohl als auch Engländer weiterhin. Ich glaube am Ende nicht, dass er in die Bundesliga wechselt, weil welcher Klub könnte sich das finanziell leisten? Bei Leipzig war er schon mal, da wird er nicht nochmal hinwechseln. Die haben andere Spieler, es sei denn, die müssen jetzt kurzfristig einen Kunku abgeben, aber ich glaube nicht, dass er da nochmal hingeht. Die könnten sich das vielleicht leisten. In Leverkusen, ja, könnten sie sich vielleicht leisten, würde denen bestimmt auch helfen. Allerdings kommt ja da auch ein Würz zurück, außer man will jetzt Schick vielleicht mit so einem Kunja als Stürmerersatz nehmen. Wobei ich ja für Kunja wirklich am besten hinter den Spitzen oder auf der Zehn finde. Flügel könnte ja dort auch spielen. Bayern wird den nicht holen. Auch Dortmund wird ihn nicht holen. Also würde für mich zumindest keinen Sinn machen. Also ich denke mal, er wird nach England gehen und wer weiß, vielleicht kriegen die Athletis ja dann doch noch mehr Geld für ihn. Auch wenn er jetzt in den letzten Jahren seinen Marktwert, glaube ich, nicht gerade steigern konnte mit der wenigen Einsatzzeit, die er bei Atletico Madrid bekommen hat, auch wenn die Konkurrenz da groß ist. Uns winken auf jeden Fall, wenn er wirklich für 35 Millionen wechseln sollte, 3,5 Millionen. Und da muss man ja wirklich sagen, wen könnte Hertha im Moment noch verkaufen im Winter, der uns nicht wehtut, wo wir 3,5 Millionen bekommen. Also es wäre auf jeden Fall nochmal ziemlich wichtig für unsere Kassen. Aber wahrscheinlich ist das Geld sowieso schon wieder verplant, sodass wir das sowieso nicht ausgeben können. Weiteres Geld einsparen wäre möglich, wie die BILD berichtet, indem wir Pekarik und Darida abgeben. Neben Selke, der wohl angeblich wirklich einen Wechselwunsch hat, sagt ja jetzt auch Sky, wollen wohl auch Darida und Pekarik wechseln. Darida sind wir ja im Sommer nicht losgeworden. Ich glaube, der hätte auch schon im Sommer wechseln können, spielt unter Sandro Schwarz gar keine Rolle mehr. Auch wenn unser zentrales Mittelfeld echt schwach spielt, spielt er halt nicht diese Art von Fußball, die wir eigentlich spielen wollen, die wir in den letzten Wochen aber auch nicht mehr gesehen haben. Und zwar diesen nach vorne orientierten, nach Ballgewinn direkt aufs gegnerische Tor abzielenden Fußball. Den kann Darida nicht, wissen wir. Hat ja immer noch einen Michael-P-Punkt-Vertrag. Laut Tagesspiegel von vor einem Jahr hat er 2,2 Millionen Jahres Salär. Das heißt, wenn wir ihn im Winter tatsächlich loswerden würden, weil er unzufrieden ist und selbst wenn wir keine Ablöse für ihn nehmen würden, ebenso wie bei Selke, dass wir ihn quasi verschenken, weil er nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, würden wir uns 1,1 Millionen Euro für einen Spieler einsparen, der sowieso absolut keine Rolle mehr spielt. Jetzt werden vielleicht einige sagen, so schwach wie Serdar, Boetius und Koda spielen. Vielleicht sollte man es aber doch nicht machen. Aber wollen wir jetzt wieder mit Darida anfangen. Wir haben es gesehen, gegen Mainz kam er auch. Was ist passiert? Da haben wir auch wieder einen Gegentreffer bekommen. Also besser als die genannten, von denen ich auch absolut enttäuscht bin in unserem zentralen Mittelfeld, ist er dann doch nicht. Auf jeden Fall könnte man sich hier rund 1,1 Millionen sparen, wenn das denn stimmt. Oder sagen wir mal rund eine Million, wenn er vielleicht sowieso keine Prämien mehr bekommen hätte, weil er ja kaum spielt bei uns. Wobei es auch Punktprämien für die Spieler gibt, die nicht im Kader sind oder eben die im Kader sind. Ja, insgesamt die 200 wird er wahrscheinlich bei uns nicht mehr knacken. 192 Spiele für Hertha in sieben Jahren gemacht, 16 Tore, 29 Vorlagen. Ja, laut Transfermarkt.de hat der 32-Jährige noch einen Marktwert geschätzt von 1,5 Millionen. Aber selbst wenn den jetzt einer unbedingt kaufen wollen würde, angeblich aus seiner tschechischen Highmark, hat wahrscheinlich Prag oder so einer dieser Clubs, keiner würde, ja, vielleicht eine geringe sechsstellige Ablösesumme, so 150.000, 200.000 würden die vielleicht noch zahlen bei einem halben Jahrvertrag, aber mehr nicht. Ich glaube, wenn der geht, dann machen wir es ähnlich wie bei Jastremski letztes Jahr, dass wir ihn kostenlos abgeben, um das Gehalt zu sparen. Aber es wäre ja schon was. Selbst wenn wir keine Ablöse kriegen, eine Million Gehalt sparen von einem Spieler, der jetzt nicht mal mehr im Kader ist, plus Kunja-Einnahmen, hätten wir wenigstens mal wieder ein bisschen Geld in die Kasse gespült. Pekarik, der 36-Jährige, der ewige Pekar, dienstältester Profi seit über zehn Jahren bei uns im Klub, soll wohl auch mit einem Wechsel in die Heimat wechseln. Bei ihm ist es ja die Slowakei, soll da auch Angebote haben, was ich nicht so ganz verstehe. Warum haben wir den im Sommer dann nochmal verlängert? Wenn er jetzt unzufrieden mit seiner Rolle ist, im Übrigen Darida und auch Pekarik zusammen, kommen gerade mal auf 36 Einsatzminuten diese Bundesliga-Saison. Aber warum Pekarik dann jetzt unglücklich ist, wenn er nicht spielt, das hätte er doch wissen müssen. Also wie wurde denn da im Sommer schon wieder kommuniziert? Das war doch ganz klar, dass wenn man mit Pekarik verlängert, dann als Back-up für Kenny. Oder hatte er vielleicht gehofft, wir hatten ja schon öfter mal Rechtsverteidiger verpflichtet, ob Klünter oder Seevolk, dass er sich am Ende doch wieder durchsetzt. Vielleicht war das auch seine Meinung. Andersrum ist es auch so, wenn wir ihn jetzt abgeben und ich glaube, da würden wir auch keine Ablöse kriegen und wenn, dann wahrscheinlich nicht mal sechsstellig, weil der hat einen geschätzten Marktwert von 500.000. Vertrag läuft aus und er ist 36. Haben wir dann überhaupt noch Alternativen für Kenny? Also mir gefällt Kenny mal besser, was machen wir, wenn er verletzt ist? Dann hätten wir noch Julian Eitschberger, wo ich sagen würde, Eitschberger ist für mich von unseren Außenverteidigertalenten, Ulrich und Eitschberger, der Schwächere von beiden. Aber auch er ist natürlich ein großes Talent. Mittlerweile ja mit Profivertrag ausgestattet oder Seevolk. Aber Seevolk steht ja wohl auch auf der Abschussliste. Auch da wissen wir ja nicht, was der für ein Gehalt hat. Wahrscheinlich auch noch ein schön fett dotierter Michael-P-Punkt-Vertrag. Ja, Pekarik, 222 Spiele für uns, sechs Tore, 13 Vorlagen, dienstältester Mann bei uns. Ja, ein bisschen komisch wäre es für mich in der Planung. Wir haben den ein Jahr verlängert als Backup, dass er jetzt damit unzufrieden ist, dass wir ihn abgeben würden. Wie lautet dann unsere Planung? Wie war da die Kommunikation vor der Saison, als man verlängert hat? Auf jeden Fall wird der kein krasses Gehalt haben. Also ich schätze mal, ich weiß es wirklich nicht, ich finde es auch nirgendwo, als wir ihn verlängert haben. Einen 35-jährigen Rechtsverteidiger als Backup zur Sicherheit, würde ich sagen, der wird nicht mal eine Million verdienen. Also ich bin nicht mal der Arme. Wahrscheinlich so 500.000, 600.000. Sparst du dir dann vielleicht nochmal 200.000, 300.000 Euro ein, plus die Millionen bei der Rieder, bist du bei 1,3 Millionen. Selke wird ja Gehalt mit Boni von Sky mittlerweile, also Wahrheit wird dann so in der Mitte liegen, auf 4 Millionen beziffert im Jahr. 4 Millionen mit Boni. So viele Boni wird er nicht kriegen, weil da viele Boni wahrscheinlich auch sind, wenn er Tore schießt. Aber es ist wirklich geisteskrank, dass der auf 4 Millionen Euro bei uns kommen kann mit diesem ewig langen Vertrag und er einfach keine Leistung bringt. So sehr man ihn auch mögen kann und sagen kann, selbst wenn er jetzt besser ist als Konga, er verdient auch das Vierfache wie Konga. Also da muss er ja mindestens viermal so gut sein, damit das wenigstens erstmal ausgeglichen ist. Also wenn du den loswirst, das sind ja gefühlt sowieso alles Altlasten, die uns nicht weiterbringen und nur viel verdienen. Und selbst wenn es nur ein halbes Jahr ist und wir Selke vielleicht 1,5 bis 2 Millionen einsparen, da Rieder eine Million, bist du schon bei 3 Millionen. Und Pekka vielleicht noch ein bisschen was, bist du bei 3 Millionen und wir kriegen dann noch Kunja-Ablöse. Lass es 3 Millionen sein, weil er für 30 Millionen weggeht. Dann hätten wir 6 Millionen Euro eingespart, ohne dass wir den Kader noch weiter geschwächt hätten. Und das wäre ja schon mal gut, denn so schlecht wie es auch bei uns finanziell aussieht, wir müssen was im Winter machen. Nicht nur auf der zentralen Mittelfeldposition, auch im Sturm. Erst recht, wenn Selke geht und wir weiterhin nicht wissen, was mit dem Gangkamp passiert. Und Scherhand scheint ja anscheinend noch schlechter zu sein, weil es erschließt sich mir nicht, dass der einfach nicht mal mehr im Kader ist. Vielleicht wird man ja auch so ein Typen wie Maolida los. Ich weiß ja nicht, was der für ein Gehalt hat, aber immerhin 4 Millionen hat er ja auch gekostet. Und der spielt ja wirklich, seit er gekommen ist, überhaupt keine Rolle. Ja, das sind so die neuesten News. Mal gucken, was im Winter alles passiert. Ihr müsst überlegen, wir haben jetzt den 9. November, das Transferfenster öffnet am 1.1., also eigentlich knapp in zwei Monaten oder in sieben Wochen und schließt erst am 31.1.2023. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz viel Zeit. Es können noch ganz, ganz viele Gerüchte auftauchen. Es könnte auch noch mal viel gemacht werden. Die letzte Wintertransferphase von Bobic war ja gruselig, war ja noch schlimmer als die erste Sommertransferphase. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Ich bin natürlich auch gespannt, was jetzt am Wochenende passiert, ob die Mannschaft da ein anderes Gesicht zeigen kann. Aber eins ist klar, der Umbruch, auch wenn wir wieder 31 Bewegungen hatten, wie es ja Bobic immer betont, im Sommer ist noch lange nicht abgeschlossen. Da gibt es noch viel zu viele Altlasten, aber eben auch neue Spieler, die verpflichtet wurden, die einfach nicht performen und zu viel verdienen. Wir müssen dann auch mal sprechen über einen meiner Lieblingsspieler, nämlich Toussaint. Weil wenn wir gar kein Geld haben und der wirklich drei bis dreieinhalb Millionen verdient, der ist super essentiell. Der reißt uns alle mit. Der hat Kapitäns-Aura eigentlich. Gut, gestern hat er einen entscheidenden Fehler gemacht, darf ihm nicht passieren, aber ist wirklich ein absoluter Typ, der uns besser macht. Aber, wenn wir den ganzen Kader runterkriegen, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt einem Sechser, der nicht die Qualität einem spielerischen hat, sondern wirklich eher im kämpferischen Bereich mit drei Millionen bezahlen und sagen, das ist unser Topverdiener, wenn alle anderen nur ein Drittel verdienen. Weil das ist eigentlich nicht der Spielertyp, der am teuersten auf dem Markt ist. Das ist nicht der Spielertyp, wo du im Verhältnis für die gleiche Qualität von einem Flügelspieler ausgerechnet das meiste Geld ausgeben solltest. Weil das meiste Geld verdienen eigentlich immer Offensivakteure, die auch mal die individuelle Klasse haben, wie jetzt zum Beispiel bei uns in Luke Bakio oder so. Und deswegen würde ich mich wirklich bei der Gehaltsstruktur fragen. Ich weiß, mache ich mich jetzt vielleicht nicht gerade beliebt mit, wenn ich ausgerechnet bei Toussaint sage, aber bevor ich einen Dodi abgebe mit individuellen Qualitäten, mit dem würde ich nämlich sogar eher noch verlängern. Weil selbst wenn er gehen will, dann kriegen wir wenigstens nochmal eine richtig schöne Einnahme, weil er hat ja nur noch anderthalb Jahre Vertrag. Wer weiß, was im Winter bei der WM passiert. Ich weiß wirklich nicht, ist jetzt schon sehr, sehr weit vorgegriffen. Ich mache wie gesagt dazu nochmal ein Video über meine Transferplanung, wen wir holen sollten, wen man vielleicht abgeben kann. Aber wenn wir ganz, ganz, ganz viele Probleme kriegen mit dem Geld, so wie es tut, ein Toussaint kriegst du auch einen rackernden, absoluten Kämpfer, kannst du auch einen verpflichten, der nur eine Million verdient. Da brauchst du nicht so einen teuren nehmen. Das viele Geld würde ich dann lieber für einen absoluten Ausnahmespieler in der Offensive, der das Spiel gestaltet, ausgeben, als für einen Sechser. Ich hoffe, ihr versteht im übertragenen Sinne, was ich meine. Ich bin ein großer Fan von Toussaint und wenn wir keine Geldprobleme haben, ich will ihn halten. Er ist auch für mich einer, der konstant ist in den letzten anderthalb Jahren. Es geht mir einfach nur um die Aufteilung von unseres Gehaltsbudgets. Von außen betrachtet ist mir einfach gerade mal so als Idee eingefallen, aber ich spreche dann nochmal genauer in einem ausführlichen Video dazu. Kleine Eilmeldung nochmal, gerade als ich das Video beendet habe, ist noch eine kleine News reingekommen, beziehungsweise eine relativ große News. Prinz Boateng hört ja 2023 auf, das steht fest. Und er spielt auch sportlich keine Rolle mehr anscheinend, weil er einfach nicht fit genug ist, wenn man sich die letzten Minuten gegen Bayern angeguckt hat. Obwohl uns ein fitter Boateng natürlich mega weiter helfen würde. Jetzt berichtet Bild oder Transfermarkt, ich weiß nicht wer, ist ja am Ende alles aus der gleichen Ecke, dass Prinz wohl Nachfolger werden könnte für Arne Friedrich. Das war ja schon mal im Sommer ein Gespräch, dass Prinz vielleicht in die strategischen, operativen Aufgaben nach seiner Karriere bei Hertha eingebunden wird. Wäre für mich kurios, ich weiß nicht, ob er davon Ahnung hat, aber das kann man ja vielleicht Leuten auch beibringen. Kevin Prinz Boateng als Friedrich-Ersatz, der ja dann irgendwann das Handtuch geworfen hatte, bei Hertha als Sportdirektor. Bobic wird ihn da wohl vorschlagen. Bobic schätzt ihn ja sowieso sehr, hat ihn ja auch damals schon zu Frankfurt geholt und dann auch wieder zu Hertha bei uns geholt und nochmal mit ihm verlängert. Also bin ich mal gespannt, ob das erfolgreich werden kann. Bobic baut sich ja da schon sein kleines Imperium auf. In Sachen Kosteneffizienz muss ich nur sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute wir noch in diesem Bereich haben wollen. Vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen mehr Geld für bessere Scouts ausgeben, weil bisher, wir kommen da nochmal detailliert dazu, aber richtig gut war bisher kein einziger Transfer von Bobic. Ich kenne ihn vielleicht noch. Und ich denke, da ist ja auch vom Kaderplaner Dirk Dufner viel aufgehoben. Also was macht jetzt dann genau noch ein Sportdirektor? Wie viele Positionen brauchen wir wirklich? Und wollen wir nicht lieber mal auch dort verschlanken und lieber wenig Positionen bekleiden und dann ein Sportdirektor, der sich auch um Kaderplanung kümmert, der dann aber richtig Ahnung hat und nicht wieder hier in Dirk Dufner, dann noch da einen Prinz. Also ich finde irgendwann, naja gut, aber das ist die News. Kevin Prinz, Boateng, beerbt Arne Friedrich als Sportdirektor, Fragezeichen. Interessant. Kann ich von außen nicht einschätzen, ob Prinz sowas kann. Maskottiermäßig fände ich es natürlich geil, identifikationsmäßig fände ich es auch geil, ob das sportlich dann Sinn macht und finanziell, wenn es überhaupt so kommt, wird man sehen. So, dann machen wir jetzt hier fertig. Eins der kürzesten Videos überhaupt von mir, aber wollte ich ja nur einschieben. Ich muss jetzt auch weiterarbeiten. Wir sehen uns heute Abend 21 Uhr auf Twitch. Macht's gut hier, Edelmänner und Edeldamen und Hauhe.